Hallo, ich bin der Michi von Mirozentral. Meine Weinempfehlung zum Wochenende ist ein Silvaner von Eimann. Silvaner vermutet man vielleicht eher in Franken oder in Rheinhessen oder vielleicht auch in der Nahe. Es gibt aber auch in der Pfalz einen tollen Silvaner, den haben wir hier bei Eimann gefunden. Der Eimann ist ein junger, biodynamischer Winzer, hat den Geilmann studiert, baut den Silvaner im Holz auf, nennt ihn auch Fümee. Und Silvaner ist ein Wein, der ist nicht so vordergründig aromatisch, der hat auch nicht so fruchtbetont, sondern der hat eher eine Würze. Und hier der Silvaner, der goldgelb im Glas ist und ein bisschen was hat vielleicht. Ein bisschen Honig, Birne, reifer Apfel. Sehr würzig, wirklich nicht viel Säure. Toll eingebundenes Holz, also dieses große Holz, da gibt dem nochmal eine Cremigkeit und hat vielleicht auch ein bisschen sehr lang und ein bisschen Salz im Abgang. Und wir fanden es so gut, dass wir uns die letzten 90 Flaschen beim Winzer noch geholt haben und die gibt es jetzt bei uns hier. Und da könnt ihr wirklich einen guten Silvaner fissieren, so wie er unserer Meinung nach beeindruckt. Viel Spaß!